Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute spielen wir Block Party und ja, ich würde sagen, starten direkt rein. So, das Spielprinzip habe ich ja, glaube ich, schon mal erklärt gehabt. Ich habe schon mal ein Video darüber gemacht. Man muss halt einfach auf die Farbe, die jetzt hier angezeigt wird, gehen. Frauen zum Beispiel, jetzt ist es hier drüben. Und alle anderen Blöcke gehen jetzt weg, wenn man nicht auf Frauen ist. Naja, weder einer jetzt zum Beispiel einfach da runtergefallen ist. Und dann gibt es ja noch die Power ab. Haben wir einen Farbe, die brauchen dann alles bekommen. Ja, ist okay dazu. Ah, ding, 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 ding. Boah, ne, Magenta ist das ja. Der eine wollte da grad auf Google jumpen, hat es nicht geschafft. Die Knappe sagen, ne? Okay, cool. Wo ist die da dahin? Wo ist die da dahin? So, das geht hier so lange, bis es halt noch mehr in der Game ist. Boah, das war knapp. Uiuiuiui, sind jetzt wieder runtergefallen. Leck. Sind jetzt schon nur zu viert drinne. Ne, das ist nicht leck. Das war grad... Das war grad grad perfekt. Also, Grau und Schwarz sind irgendwie gefühlt da gleich aus dort, wenn man da... Jetzt sieht das von hier oben anders aus, aber ja. So, wir sehen uns nach nächster Runde. So. Neue und Neues Glück. Das wird klasse, als jemand schon runtergefallen ist. Hey, guck mal. Das ist doch kein Pink. Das ist ja eher so Hautfarben-mäßig, finde ich. Orange. Oh, hat jeder geschafft. Das wird zum Beispiel ein Tempo-Aufwertung jetzt gar schneller sein. Das wird ein bisschen noch. Hä? Wie konnte man jetzt hier runterfallen? Oh, jetzt hab ich noch einen. Hellgrau. Boah. Ich war grad komplett verwirrt. Hellgrau. Ein bisschenhertz. Keinein. rebuild. Ja, zack Scan, ab ja. Ich muss halt nieern. Also in Explosion. Ich muss halt nie Escanic. Ich muss 해aufhit ab ja. indem Luna. Neuer dictate die rioters vor. Korean fallen directions. So, ich bin gerne mal mit und wollten aber geklaut haben, und das war gerade 2,000,000 Sekunden geschafft. Man darf aber auch nicht zu gering sein auf diese Power-Upseite, die sind ja geil. Das wird halt genau, und ich mach schnell ab. So, weg. Okay, safe. Ja, kia. So, blau, blau, blau. Hä? Nee, das ging jetzt aber schnell. Egal, bis hier hat es geschafft. So, wir sehen uns nach nächsten Monat. So, nächsten Monat gekommen. Komm, ich will jetzt mal probieren den ersten Platz so hin. Ja, so groß jetzt nicht auf Power-Up zu gehen, sondern ja. Wenn sie so bei mir in der Nähe sind, nehme ich sie natürlich, aber jetzt so nicht. Okay. Aber die sind halt echt gut fürs Finale, weil da braucht man halt am besten Farb-Teleporter. Helfer. Guck, der hat jetzt zum Beispiel bei mir hier gerade vor mir, der gelbe Farb-Teleporter, der kann sich jederzeit retten. Dump. Nö, ne? Dump. 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 Held. Heldig. Dump. Säeinäuele weg, anchor景. Heldig. Pächtung. Heldig. Dump. 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 Wenn ich den nicht gerade bekommen habe, ich hab doch hier überhaupt geklappt. Boah, ich war gerade echt weit an der Seite. So krank. Boah, ey, dass der Exos in Tora fiel. Selbstgefühl wäre er runtergefallen, ey. Boah, weiß ich. Es sind noch neun Leute am Leben. Naja, jetzt. Hellgrau. Ah, ich wusste, er ist verspielstudiert. Hellgrau. Da hat er vier Zeilen geklappt. Und? Auf jeden Fall ist er da. Mila. Safe Road. Woher weiß ich das immer? Boah. Egal. So, das wärs sonst auch mit dem Video. Wenn ihr euch gefallen habt, was gerne halt. Und na gut da. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.